Einländer, wundervollen guten Tag, willkommen zu Pandas, immer noch mit Reshaping. Ich habe das jetzt allerdings mal in eine Funktion gepackt und wir starten heute mit den Stacks. Ich habe hier auch wieder was kleines vorbereitet, dieses Mal geht es nämlich um Multi-Indexierung und Stacks. Ja, Stacks können dazu verwendet werden, um Multi-Indexierung nochmal attraktiver zu gestalten, wie wir hier gleich sehen werden. Und zwar, wir haben hier einmal folgende Situation. Wir haben A und B, oh, ich hätte sie vielleicht anders nennen sollen, nennen wir sie einfach mal X und Y hier hinten, die Spalten, es tut mir sehr leid, da habe ich gerade nicht dran gedacht. Wenn wir hier das Ganze so machen, dann haben wir hier mehrere Indexierungsarten. Also erstmal haben wir natürlich die Spalten, X, das ist die Spalte, die erste, und Y ist die zweite Spalte. Und dann haben wir für jedes Element eigentlich zwei Indizes. Also wir haben A mit 1 und 2, B mit 1 und 2, C mit 1 und 2 und D mit 1 und 2. Bei Alternativen hätten wir es auch andersrum machen können. Ich habe die ganzen Dinger jetzt hier, also die Indizes über Tuples erstellt. Nur ganz kurz, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt Indizes, also Multi-Index-Indizes erstellen lassen, indem ihr einfach hier sagt, okay, ich baue mir eine gesippte Liste. Also im Endeffekt könnt ihr euch auch mal ganz kurz die Indizes ausgeben lassen. Dann seht ihr, wie die wirklich in Raw-Python sozusagen aussehen. Die Indexliste sieht so aus. A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 und damit haben wir es eigentlich schon. Das ist im Endeffekt das, was hier dieses Zip aus der, oder die Liste aus dem Zip macht, das wir hier gemacht haben. Und naja, das kennt ihr hoffentlich aus normalem Python. Und diese Art der Indexierung haben wir ja auch schon gesehen für Multi-Index-Arrays oder Data-Frames. Und naja, ihr könnt jetzt hier einen Index erstellen, indem ihr pandas.multi-index.from-tuples macht, weil das im Endeffekt ja Tuple hier sind. Das ist eine Liste aus Tuplen und daraus kann man Multi-Indizes machen. Und dann kann man das Ganze mit Random-Daten füllen. Das habe ich hier alles schon mal vorbereitet. Jetzt geht es allerdings um was anderes. Wir haben hier immer noch zwei Spalten. Also einmal X und Y. Und naja, für uns ist es vielleicht nicht ganz so angenehm zu sehen, wie das eigentlich jetzt aussieht. Also ich meine, es ist akzeptabel, okay? Es ist absolut akzeptabel, wenn wir das so machen. Aber vielleicht hätten wir das lieber als Series. Ja, das gibt es ja durchaus, dass man mal sagt, hey, ich brauche das jetzt hier einfach nur als ganz stinknormale Liste, als Series, um damit zu arbeiten. Und dazu gibt es eben Stacking. Wir können Stacking tatsächlich relativ simpel durchführen, indem wir sagen, df.stack. Ja, klar, es verändert die Form, deswegen sind wir hier im Kapitel Reshaping, okay? Und ihr könnt einen Stack bauen, indem ihr einfach df.stack sagt. Was das macht ist, es führt noch einen Index für euch hinzu. Das heißt, für jedes A und seinen Subindex 1, also hier haben wir ja A1 und dann kommt der Wert, kommt eben genau nochmal das, was wir aus den Spalten hier oben kennen, auch nochmal dazu. Das heißt A1XY, A2XY, B1XY, C1XY und so weiter und so fort. Also im Endeffekt für jedes, für jede Spalte, die ihr hier oben habt, kommt halt nochmal mehr dazu. Und natürlich kann man das noch ein bisschen weiter treiben. Man kann hier auch ein Z reinpacken und ich kann hier 8 auf 2 machen an Daten, die ich hier reinpacken möchte. Dann sieht das nach dem Stacking halt so aus. Also vor dem Stacking haben wir drei Spalten. Nach dem Stacking haben wir hier halt A1XYZ, A2XYZ und jeweils eben den Wert. Das Tolle dabei ist allerdings, wir können jetzt hier drauf zugreifen, als wäre es eben eine Series. Also wir haben jetzt hier nach wirklich eine Series in der Hand. Achtung, es ist nicht garantiert, dass ihr nach dem Stacking eine Series in der Hand habt. Das zeigt folgendes. Bevor wir jetzt hier stacken, will ich mal was anderes machen. Und zwar wir sagen hier einfach einmal ein printdf.unstack. Wir können das Ding nämlich dadurch, dass es Multiindex ist, auch unstacken. Stacking bedeutet im Endeffekt, ihr nehmt immer den letzten Index oder die letzte Indexart und packt die in die Spalten. Das sieht dann so aus. Nach dem Unstacking erhalten wir hier nur noch die Indizes A, B, C, D. Und jetzt haben wir hier oben X1, 2, Y1, 2, Z1, 2. Das heißt, wir haben jetzt hier die Multiindizes hingeschoben. Ja, also aus X und Y und Z wurden jetzt hier eben X1, 2, Y1, 2, Z1, 2. Wir haben sozusagen die Werte einfach geschiftet, sodass sie jetzt in den Spalten stehen. So, und wenn wir jetzt das hier als unser DataFrame anerkennen, wenn wir sagen, okay, dieses geunstackte DataFrame, ähm, das Ding ist jetzt mein originales DataFrame und ich stacke das wieder, dann bekomme ich natürlich keine Series mehr zurück. Oh, ups, äh, ja, das sollte nicht sein, ähm, das war nicht geplant, das tut mir leid. Äh, ja, man kann offensichtlich auch Stack direkt aufrufen. Ich wollte nämlich df.stack aufrufen, hab das df vergessen, weil ich manchmal doof bin. So, ähm, okay, also was hier passiert ist folgendes. Ihr habt dieses Multiindexierte, ähm, DataFrame in den Spalten, habt in den Zeilen, also A, B, C, D, habt ihr nur einen Index. Nach dem Stacken schiebt ihr quasi eins von diesen Dingern, also einen Index aus den Spalten beim Stacken in die Zeilen rein. Das heißt, beim Stacken schieben wir quasi den nächsten Subindex aus den Spalten in die Zeilen und beim Unstacken schieben wir den ersten Subindex aus den Zeilen in die Spalten rein. Können wir natürlich auch andersrum machen. Wir können das Ganze auch wirklich so weit treiben, dass wir hier das da bekommen. So, df.unstack, dann sieht das Ganze eben so aus. Ähm, und dann haben wir eigentlich auch eine Art Series. Also, aber Achtung, andersrum, ja. Also, wir haben jetzt quasi gesagt, ähm, ich hab vergessen, das DataFrame zu printen. Ähm, okay, ähm, wir printen jetzt mal tatsächlich alle drei Schritte, dann können wir wirklich den Vergleich machen. Also, wir haben erst ein DataFrame, ihr wisst gleich, wie das aussieht, dann unstacken wir, dann unstacken wir nochmal. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. So, wir starten mit diesem Ding hier. Wir haben Multiindexe, äh, Multiindizes in den Zeilen und nur normale Indizes in den Spalten. Das kann natürlich auch anders bei euch aussehen. So, wenn wir jetzt einmal unstacken, dann schieben wir dieses 1, 2, 1, 2 von den Zeilen in die Spalten. Sieht dann so aus, 1, 2, 1, 2. Und wenn wir jetzt nochmal unstacken, dann schieben wir den nächsten Index in die Spalten. Ja, und dann haben wir eigentlich keine Indizes mehr. Ähm, dann haben wir, also keine, keine Zeilenindizes mehr. Dann haben wir nur noch Spaltenindizes. Und dann können wir es auch gleich so schreiben, als wäre es eine Series. Das heißt, x1a, x1b, x1c, x1d. Also im Endeffekt auch so eine Art. Ähm, ja, Series. Eigentlich ist das eine Series. Eigentlich ist das sogar eine absolut gültige Series hier. Nur eben andere Indexierung. Wir fangen hier mit x an, haben dann die 1 und dann das a, b, c, d. Jetzt schauen wir uns den ganzen Kram nochmal rückwärts an. Okay, ähm, das heißt, wir machen hier mal ein, ähm, ja, wir machen einfach alles nochmal rückwärts. Ups, das wollte ich nicht. Ähm, wir sagen hier df2 dazu, damit wir uns erinnern können, was da passiert ist. Und dann machen wir hier ein df. Ähm, Punkt Stack. Wobei, nee, wisst ihr was? Wir machen das tatsächlich so ordentlich. Ähm, wir packen hier erstmal das df rein und dann stacken wir das einmal. Und dann sieht das Ganze so aus. Und das haben wir ja schon kennengelernt. Das heißt, aus diesem DataFrame, wenn wir das haben, dann nehmen wir das, was hier drin ist und stacken das hier rüber. Und jetzt achtet mal auf den Vergleich zwischen gerade eben. Gerade eben hatten wir x1a, jetzt haben wir a1x als Indexierung. Okay, das heißt, die Indizes sind quasi andersrum angeordnet, weil wir gestackt haben, nicht geanstackt haben. Wir haben beim Stacken jetzt gesagt, okay, nimm die Spalten und schieb sie in die Zeilen rein. Beim anderen haben wir eben gesagt, nimm die Zeilen und schieb sie in die Spalten rein. Und dann ist natürlich x der oberste Index und, ähm, ja, nicht a, wie hier jetzt in diesem Fall. Okay, und das ist im Endeffekt das große Stacking-Unstacking-Problem. Das verstehen tatsächlich viele nicht, ähm, deswegen sage ich das eigentlich ganz gerne so. Nehmen wir aber auch mal an, ihr wollt das Ganze jetzt hier mehrfach stacken, beziehungsweise unstacken. Nehmen wir an, ihr habt das originale DataFrame hier, ja, das Ding hier. Und ihr wollt, ähm, dass die Indexierung nicht x1a ist, also quasi unstack, unstack, sondern ihr wollt, dass die Indexierung xa1 ist. Das geht auch, ähm, indem wir hier zum Beispiel schreiben, unstack in unserem Fall, und zwar 0. Ja, das geht. Ähm, und das sieht dann so aus. Also, wenn wir unstack 0 machen, dann sehen wir hier, die Indizes 1, 2 bleiben übrig und wir nehmen die Indizes a, b, c und schmeißen die nach oben. Oder a, b, c, d, um genau zu sein. Und schmeißen die direkt unter die Zeilen, äh, unter die Spalten. Also, so habt ihr auch die Möglichkeit, eine andere Indexierung zu berechnen. Ähm, und ja, was mit den Werten passiert, das dürft ihr euch gerne mal selbst angucken. Das ist ein bisschen verrückt, ähm, aber es bleibt immer noch einigermaßen logisch, wenn man sich da mal ein bisschen eingelesen hat. So, ähm, jetzt die letzte Art, das, was ich euch auch noch zeige, also, ihr könnt das natürlich mit 0, 1, 2, ihr könnt da einfach irgendeine Art Index reinschreiben. Ihr könnt ja auch den Namen des Index reinschreiben. Wir haben jetzt hier allerdings unseren Indizes keine Namen gegeben, ähm, und deswegen brauchen wir das nicht. Okay, ähm, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, mehrere Sachen auf einmal anstacken wollt, das geht auch, und zwar über die Level. Level ist gleich, einmal hier, ähm, ach so, Quatsch, wir haben keine Namen, wie gesagt, äh, einmal Level 0 und dann Level 1 zum Beispiel anstacken, dann sieht das Ganze so aus. Dann haben wir hier natürlich direkt diese Sache, aber wir haben jetzt hier direkt die Indexierung bekommen, XA1, was im Endeffekt bedeutet, wir haben zuerst 0 geanstackt, und dann haben wir, ups, und dann haben wir 1 geanstackt. Ähm, das bedeutet, wir sind quasi hier der Reihe nachgegangen. Also, zuerst wird das geanstackt, dann wird das geanstackt. Der natürliche Case wäre, zuerst 1 zu unstacken, dann wäre es 0. Das wäre äquivalent, wie würden wir sagen, unstack, unstack. Also, das ist genau dasselbe. Ihr könnt euch hier wirklich die Level aussuchen, die Reihenfolge aussuchen, so wie ihr das eben braucht bei euch. Ähm, und ja, in den meisten Fällen ist man normalerweise eigentlich ganz zufrieden, wenn man überhaupt weiß, dass diese Funktion existiert, und dass man die eben verwenden kann. Gut, ähm, das war's eigentlich auch schon wieder zum Stacken, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.